News Trading, die sicherlich mit Abstand schnellste Art, einfach Geld zu verdienen. Ja, wenn? Wenn du genau weißt, wie das Ganze funktioniert. In meinem heutigen Video möchte ich dir zeigen, auf welche Nachrichten du zukünftig achten solltest und wie du das Ganze dann in profitablen Trades am Ende des Tages auch noch umsetzen kannst. Und wie das Ganze funktioniert, mehr dazu in meinem heutigen Video. Viele träumen davon, als Trader schnell Geld zu verdienen. Und ich sage auch immer, Trading ist die schwerste Art, einfach Geld zu verdienen. Denn du brauchst einen Plan, damit du weißt, wie du am Kapitalmarkt, an der Börse, einfach dein Geld verdienen kannst. Ich mache das Ganze seit über 25 Jahren und ich möchte dir in diesem Video zeigen, warum das News Trading für mich ein elementarer Teil ist und wie auch du diesen nutzen kannst, um deine Erträge deutlich nach oben zu skalieren. Wichtig ist dabei natürlich genau zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Also werde ich dir in diesem Video erst einmal zeigen, was sind die wichtigen Bestandteile, auf welche News solltest du grundsätzlich achten. Dann ist es wichtig, genau zu wissen, wie setze ich das Ganze Stück für Stück für mich um. Das heißt, du brauchst einen Plan dafür, wie du ein- und aussteigst und natürlich am Ende des Tages dann auch noch, wie gehst du in einen Trade denn entsprechend rein. Und dann bringe ich dir noch ein Beispiel mit, wie wir das Ganze in den letzten Tagen umgesetzt haben und mit einem einzigen News Trade mehr als 20% Performance gemacht haben. Aber der Reihe nach. Nachrichten sind das Salz in der Suppe, wenn man an der Börse handelt. Das normale Geschäft, das ist ein typisches Brot- und Buttergeschäft, was wir natürlich Tag für Tag machen und dadurch einige Hundert, vielleicht sogar Tausende von Euros jeden Tag einnehmen. Doch das Besondere am Trading ist natürlich das News Trading. Und viele Trader möchten es am Ende des Tages auch gerne umsetzen, wissen aber gar nicht, worauf sollen sie denn am Ende des Tages achten. Es gibt Dutzende, manchmal Hunderte von Nachrichten an einem einzigen Handelstag. Man unterscheidet grundsätzlich unter zwei unterschiedlichen Bereichen. Das eine sind die Wirtschaftsnachrichten. Dazu zum Beispiel gehören zu Arbeitsmarktdaten oder auch Zinsentscheide. Und auf der anderen Seite hast du die Unternehmensdaten, zum Beispiel Quartalszahlen oder auch Gewinnwarnungen. All diese Daten sind wichtig und du musst für dich schauen, welche möchtest du denn jetzt auch handeln. Die Frage ist auch, kannst du das Ganze in 2D machen oder möchtest du so wie die meisten unserer Kunden das Ganze eigentlich erst am nächsten Tag handeln? Weil das ist der entscheidende Faktor. Wenn du Daytrader bist, kannst du die Nachricht natürlich sofort handeln, bist sofort in diesem Trade drin und machst viele, viele kleine Gewinne, die sich dann natürlich beim News Trading aufaddieren. Wenn du als Tages- oder Stundenhändler agierst, und das möchte ich dir heute zeigen, wie du es selbst am Tag danach schaffen kannst, aus einer einzigen Nachricht hohe zweistellige Renditen herauszuziehen, so dass du am Ende des Jahres einen riesigen Gewinn verbuchen kannst, und zwar ausschließlich aus dem News Trading. Die meisten Wirtschaftsdaten, wie beispielsweise Arbeitslosenzahlen oder auch Zinsentscheide, kommen immer zu festen Zeiten. Das heißt, wenn du diese in 2D handeln wolltest, müsstest du auch um diese Zeit erreichbar sein, beziehungsweise am Computer sitzen. Das ist komplett anders bei Unternehmensnachrichten. Hier ist es gar nicht mal so wichtig, dass man unbedingt davor sitzt, es sei denn, man möchte als Daytrader sofort davon profitieren, aber es reicht auch oft aus, am Tag danach zu handeln. Viele werden jetzt sagen, ja, aber dann ist das meiste doch passiert, und ich behaupte, genau das Gegenteil ist der Fall. Und ich möchte das gleich auch anhand eines Beispiels zeigen, warum es das ist. Obwohl die Aktie schon 10% beispielsweise gemacht hat, an einem Tag, wo die Nachricht kam, der Daytrader sicherlich auch davon profitieren konnte, aber wir am Ende des Tages einen viel, viel größeren Gewinn einfahren konnten. Doch bevor man mit Newstrading am Ende startet, ist es wichtig, dass ihr einen Handelsplan habt. Wenn ihr also nicht genau wisst, wie wollt ihr eigentlich in einen Trade einsteigen, wie möchtet ihr den verwalten und wie möchtet ihr aussteigen, dann werdet ihr auf diesem Weg unfassbar viele Probleme bekommen. Zum Beispiel, die Aktie läuft nicht so schnell an, wie ihr das beispielsweise möchtet. Soll ich jetzt drinnen bleiben, soll ich die Position schließen? Oder wie ziehe ich meine Stops nach und möchte ich gegebenenfalls auch mit Gewinnmitnahmen arbeiten? Das sind Dinge, die solltest du im Vornherein klären, weil ansonsten führen sie oft zu emotionalem Druck während des Handelns. Denn gerade wenn du im Vorfeld vielleicht einige Verlusttrades gehabt hast, ist es oft schwierig für einen Trader, einen Trade wirklich laufen zu lassen. Aber warum es so wichtig ist, zeige ich dir in meinem Beispiel, was wir gerade jetzt letzte Woche gehandelt haben mit unseren Kunden gemeinsam. Wenn du jetzt also weißt, ich möchte nach einem bestimmten System in einen Trade einsteigen, du hast vielleicht auch schon eine Idee eines Handelssetups, welches du schon länger verwendest und was gut funktioniert. Ich zeige dir gleich auch eins, welches ich sehr gerne nutze. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, wie verwaltest du deinen Trade bis zum Ende und wie machst du dann am Ende des Tages den Ausstieg. Wenn du all diese Dinge zusammen hast, musst du jetzt eigentlich nur noch darauf achten, dass du täglich natürlich auch schaust, welche Nachrichten hat es denn am Ende des Tages gegeben. Das machen so 5 bis 10 Minuten der Arbeitszeit eines guten Traders aus, sorgen aber dafür, dass du Trades machst mit 10, 20, 30 Prozent Gewinn mit einem einzigen Trade. Und wir hatten vor gut einer Woche eine Nachricht gehabt von Tesla. Tesla ist sowieso eines meiner Lieblingsaktien, wenn es denn um Nachrichten geht. Das betrifft übrigens nicht nur Tesla, das gilt auch genauso natürlich für Twitter. Elon Musk, der sorgt am Ende des Tages sehr oft für Schlagzeilen und die kann man wirklich sehr, sehr gut als Trader umsetzen. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf meinen Rechner, damit ihr einfach mal schauen könnt, gemeinsam, wie hätte man und wie kann man und wie haben wir am Ende des Tages genau diesen Trade so umgesetzt und damit mehr als 20 Prozent Performance einfahren können. Ihr seht hier in dem Bild die Tesla-Aktie, die ja sehr, sehr lange gefallen ist und plötzlich hier ein Aufstieg gekommen ist und dann hier dieses sensationelle Gap. Dieses Gap waren am Ende des Tages ca. 10 Prozent, das können wir hier ganz gut sehen, vom Schlusskurs zum Eröffnungskurs etwa 10 Prozent. Das Ganze ist dann gewesen am 26. Januar. Das heißt, hier kam eine Nachricht raus, nämlich Elon Musk hat verkündet, zwei Millionen Fahrzeuge wurden verkauft, produziert. Im vierten Quartal Umsatzsteigerung 33 Prozent auf 21 Milliarden Dollar. Das hat die Börse verzückt und die Aktie ist um 10 Prozent gestiegen. Und wir haben hier oft, dass man sagt, ja, aber jetzt ist das meiste Jahr passiert. Ja, klar, 10 Prozent sind hier gelaufen und als Intraday-Händler hätte man natürlich sicherlich zwei, drei gute Trades auch absetzen können. Aber sind wir ehrlich, die meisten haben gar nicht die Zeit, um diese Uhrzeit zu schauen. Und deswegen ist es besonders wichtig, dann tatsächlich einen Plan zu haben, wie kann ich das Ganze dann umsetzen. Und ich möchte dir eine Möglichkeit zeigen, wie du damit gut umgehen kannst. Hier sehen wir das Ganze nochmal im Stundenchart. Hier ist der Schlusskurs gewesen von Tesla. Es kam die Nachricht und die Aktie hat hier um sage und schreibe 10 Prozent höher eröffnet. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie geht man damit um? Klar, als Intraday-Händler kann ich hier diese Abwärtsbewegung, die natürlich schon sehr, sehr stark ist, natürlich mitnehmen. Aber was mache ich, wenn ich erst am nächsten Tag da bin? Das heißt, ich muss mir dann anschauen, wie kann ich in einen solchen Trade denn am Ende des Tages einsteigen? Da gibt es natürlich immer mehrere Möglichkeiten. Was wir hier auf jeden Fall sehen, ist ja, dass die Aktie beispielsweise trendförmig gelaufen ist. Das eine von vielen Möglichkeiten, wie man in eine Aktie ja einsteigen kann, ist, wir nutzen diesen Trend, der hier in der Aktie vorhanden ist, um hier entsprechend entweder aus dem Rücklauf in eine entsprechende Position hineinzukommen, was natürlich oft Sinn ergibt. Oder eben, dass wir sagen, okay, wenn die Aktie ein Gap Close macht, könnten wir überlegen, in eine solche Aktie einzusteigen. Oder wir schauen uns an, was passiert, wenn die Aktie beispielsweise ein Kaufsignal liefert und an einem sogenannten Punkt 2 nach oben dann eröffnet. So, und das haben wir hier ganz gut gesehen. Die Aktie eröffnet tatsächlich hier mit einem erneuten Gap, was hier natürlich jetzt deutlich kleiner gewesen ist und ist dann in den darauffolgenden Tagen Stück für Stück nach oben gestiegen. Und man hätte die ganzen Weg hier wirklich sehr bequem am Ende des Tages als Trader sehr, sehr gut mitnehmen können, denn die Aktie ist kontinuierlich hier Stück für Stück dann auch nach oben gelaufen. Und das ist jetzt die Position, wie die Aktie zurzeit aussieht. Und wenn man das Ganze sich mal Stück für Stück anschaut, dann sieht man hier ganz gut, dass die Aktie natürlich nach dem Ausbruch immer wieder in den Korrekturmodus gegangen ist, nach oben gelaufen ist, wieder korrigiert hat, nach oben in den Korrekturmodus gegangen ist, nach oben gelaufen ist, in den Korrekturmodus und nach oben. Und am Ende des Tages natürlich wird man danach aus der Position entsprechend ausgestoppt. Natürlich ist der Wunsch eines Traders immer am Top auszusteigen, nur das ist fast unmöglich in einem Trade. Doch wenn wir hier ganz rational vorgehen mit einem festen Handelsplan, dann kann man hier diesen gesamten Weg nach oben mitnehmen. Und das Spannende ist natürlich, wie viel Performance ist das denn? Wir reden nämlich hier nur von wenigen Handelstagen und sehen hier, es ist immerhin ein Gewinn von sage und schreibe 22% und das innerhalb nur weniger Handelstage. Denn wir sprechen hier entsprechend von einem Stundenchart. Und wenn du das schaffst, kontinuierlich natürlich für dich am Ende des Tages auch umzusetzen, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil gegenüber allen anderen Möglichkeiten des Tradings. Denn News haben eben einen Riesenvorteil. Ein Markt wird natürlich aufgrund der Nachricht sehr, sehr schnell nach oben gedrückt. Viele Leute wollen in diesen Markt hinein, haben die Nachricht gesehen, wollten nicht glauben, dass der Markt hochläuft und dadurch entsteht natürlich dieser entsprechende Kaufdruck. Also wenn du das für dich nutzen möchtest, ist das beispielsweise eine Art in einen Trade hinein einzusteigen. Wie gesagt, es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten, beispielsweise in einen solchen Trade einzusteigen. Wie man das natürlich im Endeffekt machen kann, hängt natürlich zum großen Teil immer an deinem Handelsplan. Wir nutzen im Rahmen der Ausbildung viele unterschiedliche Möglichkeiten, natürlich im Trading solche Dinge für uns zu nutzen. Aber eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wie hier gezeigt, einfach das Ganze für dich anhand deines eigenen Handelsplans umzusetzen, so wie wir das auch bei uns in der Ausbildung gemacht haben und so innerhalb weniger Tage 22% Performance mitnehmen können. Fassen wir kurz zusammen. Wichtig ist, es gibt unterschiedliche Arten von Nachrichten. Alle haben ihre Vor- und Nachteile innerhalb des Handelns. Das Zweite ist, du brauchst unbedingt einen Handelsplan. Und das Dritte, du musst in der Lage sein, konsequent diese Nachrichten dann am Ende des Tages auch umzusetzen. Doch wenn dir das gelingt, Stück für Stück, dann gilt der Spruch, Trading ist die schwerste Art, einfach Geld zu verdienen. Denn schwer ist das tatsächlich nicht, sondern es ist eine einfache Art, schnell an das Geld der anderen zu kommen. Warum? Weil viele auf dem Weg nach oben natürlich immer Angst haben, dass die nächste Korrektur kommt und irgendwann aussteigt. Doch wir nutzen das Ganze anhand unseres Handelsplans, so lange in diesem Trade drinnen zu bleiben, bis der Gewinn tatsächlich abgeschöpft ist. Und in dem Fall waren es eben mehr als 20%. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like von dir sehr freuen. Wünsche dir eine erfolgreiche Handelswoche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.